Hallo, ich bin Nina Bott. Ich bin vor kurzem umgezogen und wie ihr seht sitze ich hier in einem wirklich wunderschönen Badezimmer. Aber das war nicht immer so. Ich habe mit meiner Familie das ganze Haus neu renoviert und einiges haben wir sogar selber gemacht, aber gerade bei den Badezimmern haben wir uns zum Glück Hilfe geholt. Bei den Profis vom Waschsalon. Aber guckt erst mal, wie es hier vorher ausgesehen hat. Für den ersten Termin kommt die Waschsalonleiterin und mein Handwerker sogar zu mir nach Hause. Wir vermessen gemeinsam den Raum und tauschen erste Ideen aus. Jetzt geht's in den Waschsalon, ihre Badausstellung in Hamburg-Eidelstedt. Denn dort bin ich mit dem Team vom Waschsalon verabredet. Ich bin echt gespannt. Sie wollen mir erste Planungsentwürfe zeigen. Am schönsten ist es doch, wenn man sein Traumbad anfassen kann und es live erlebt. Die Waschsalonleiterin nimmt sich richtig viel Zeit für uns. Auch für meine Extra-Wünsche. Die Ausstellung hat eine riesige Auswahl an Markenprodukten zu bieten. Ich bin mir sicher, im Waschsalon findet wirklich jeder Geldbeutel sein persönliches Traumbad. Immer wieder bekomme ich neue Ideen und Anregungen, die ich am liebsten alle gleich mit nach Hause nehmen würde. Am Ende der Beratung haben wir sie dann gefunden. Unsere persönliche Wellness-Oase. Um mir alles noch besser vorstellen zu können, hat der Waschsalon das Design meines Traumbadezimmers in eine 3D-Badplanung gezaubert. In 3D erlebe ich, wie mein Traumbad in meinen eigenen vier Wänden aussieht. Und das schon in der Planungsphase zu Hause. Meine Wohlfühloase zum Greifen nah. Dank der Waschsalon-Virtual-Reality-Brille. Aber jetzt heißt es erstmal, das alte Bad muss raus. Hier seht ihr das Endergebnis. Meine Wohlfühloase. Ist das nicht schön geworden? Wollt ihr auch euer persönliches Traumbad verwirklichen? Dann empfehle ich euch unbedingt den Waschsalon zu besuchen. Übrigens findet ihr dort auch einen kompetenten Handwerker, der gemeinsam mit dem Waschsalon euer Wunschbad plant und es dann für euch einbaut. Alle Infos findet ihr auf waschsalon.eu. Also träumt nicht länger von eurem Bad, sondern schaut gleich in einem Waschsalon in eurer Nähe vorbei. Viel Inspiration wünsche ich euch. Eure Nina. Tschüss. Tschüss.